Moin Leute, die Pfeiler hier, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und heute schauen wir uns hier quasi live auf Twitch mal die Neuigkeiten an für das AV, eben gerade hier ganz frisch quasi am Start und wir gucken direkt mal rein, ich habe es mir selber auch noch nicht angeguckt, wir sind quasi hier gerade live und wir gucken einfach mal rein, was jetzt hier quasi geändert werden soll und vielleicht auch mal ganz cool, dann kann man gleich auch mal ein paar Leute fragen, was ihre Meinung ist zu der ganzen Geschichte. So, also sind anscheinend gravierende Änderungen fürs AV gekommen, zumindest hat der Stream Chat das hier so suggeriert. Gut, wir haben eine Reihe von Verbesserungen vorbereitet, die wir im Alteraktal von VW Classic in den nächsten Tagen implementieren werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte, es wird quasi in den nächsten Tagen passieren und nicht irgendwie erst in, wenn der Patch quasi kommt in ein paar Wochen. Unser Ziel ist es, kleine Anpassungen vorzunehmen, die einige der gravierendsten Probleme und frustrierenden Verhaltensweisen beheben, ohne das Fundament des Schlachtfelds zu verändern. So, sobald wie möglich. Gut, okay, bin mal gespannt. Also, wir arbeiten in einem Hotfix, der bald veröffentlicht wird, damit ehrenlose Ziele nicht mehr geplündert werden können. Hä? Wir wollen es weniger attraktiv machen, der gegnerischen Fraktion über längere Zeit bei ihren Starthöhlen aufzulauern? Okay. Kann das jemand irgendwie von euch erläutern? War das irgendwie so ein Ding im AV oder wie? Okay. Mit geplanten wöchentlichen Wartungsarbeiten. Einige gleichzeitig stattfindende Anpassungen werden den anfänglichen Zustand jeder Instanz des Alteraks positiv beeinflussen. So. Jetzt wird es, glaube ich, okay, wird gerade spawnen, FH Camping, Friedhof Campen, klar, Friedhof Campen. Das war im Alterak ein Problem anscheinend, ja? Okay. Hat auch jeder gemacht, habe ich nie gemacht im AV. Aber ich habe da halt auch nur Ruf gefahren, keine Ahnung. Gruppen von bis zu fünf Spielern können sich jetzt gemeinsam für das Alterak-Teil einreihen. Damit meinen die anmelden oder wie? Wenn sich eine Gruppe zusammen einreiht, gelangen sie zusammen auf dasselbe Schlachtfeld. Lol. Das ist ja voll der kranke Change. Das gab es doch noch nie im Alltag in Vanilla, oder? Man konnte sich doch offiziell nie mit Gruppen anmelden, ne? Oder es ist das erste Mal, dass es das je gibt, glaube ich, ne? In Vanilla. Im Bildschirm Kampf beitreten wird keine Zahl mehr im Namen des Schlachtfelds angezeigt. Lol. Das heißt, man kann nicht mehr sich quasi auf Krampf für das gleiche BG anmelden mit einer Premade oder wie, ne? Wir beheben eine Einstellung, durch die das Schlachtfeld mit nur 20 Spielern in einem Team starten konnte. Okay. Das war also, ah, lol, okay. Das heißt, es konnte dadurch, das heißt, das führt dazu, dass quasi weniger AVs kommen, wo auf einer Seite zu wenig Spieler sind, ne? Okay, also ich denke mal, die Leute, die jetzt irgendwie aktuell gerankt haben oder da mehr in dem Ranking-Game drin sind, die werden da jetzt sicherlich mehr von verstehen oder mehr davon auch direkt verstehen, warum es relevant ist fürs Ranking, aber ich gucke nochmal weiter. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie ihr das quasi gerade deutet, was jetzt quasi so der, was ist die wichtigste Änderung hier? Wahrscheinlich, dass die Horde Spieler jetzt einfach auch mit Gruppen anmelden können oder wie, ich weiß nicht. Ähm, bald nach der wöchentlichen Zurücksetzung von Ehre und Schlachtzügen. In WoW Classic, sie wie auch damals im ursprünglichen WoW, erhalten Spieler mit weniger als 15 Kills keinen Dankfortschritt und werden in einer Gruppe mit allen anderen Spielern unter 15 Kills zusammengefasst. Dieser Status wird ignoriert und sorgt für Verwirrung. Änderung, deshalb wird er nicht mehr angezeigt. Hä? Das ist auch nicht, was das sein soll. Ähm, okay. Zu guter Letzt werden wir die Berechnung der abnehmenden Ehrebelohnungen für wiederholte Kills aktualisieren, damit die Patch 1.12 des ursprünglichen WoW entspricht. Bei der Einführung des Ehresystems in WoW Classic haben wir die Entscheidung getroffen, die Ehre pro wiederholtem Kill um 25% zu verringern. Das war sinnvoll, weil Welt-Pvp zu dieser Zeit die einzige Möglichkeit war, Ehre zu erhalten. Pvp findet aber jetzt auch auf Schlachtfeldern statt, wo man viel häufiger denselben Gegner begegnet. Die Ehre wird jetzt um 10% pro wiederholtem Kill verringert. Okay, das heißt, man kann quasi jetzt die gleichen Gegner öfter killen und die geben etwas mehr Ehre. Das, äh, das habe ich verstanden an der Stelle. Okay. Dadurch können Allianzler, wurde gerade im Chat geschrieben, ähm, nicht mehr den DC-Bot benutzen, okay. Ach so, den Discord-Bot oder wie? Also die Premade-Gruppen kommen nicht mehr in einen Voice-Chat. Keine AV-Premade mehr. Okay, das ist quasi die Hauptänderung. Äh, und warum genau? Weil, ähm, keine Zahl mehr angezeigt wird, ne? Das heißt, man weiß nicht mehr, in welchem AV man drin ist, oder? Genau. Okay, Leute, also wenn ich das richtig deute, dann resultiert es quasi darin, dass, ähm, genau, mehr Zerg-BGs bestehen, beziehungsweise das AV-Feeling einfach sich eher dem AV nähert, dass es eigentlich sein sollte, nämlich quasi auch in einem Schlachtfeld, wo auch mal längere Schlachten entstehen und so weiter, und wo eben nicht von irgendwelchen Discord-Stammgruppen durchgerusht wird. Ähm, und das Hauptproblem war ja auch, das haben auch viele nicht verstanden, dass quasi die Leute, die nicht in einer Premade im Alltag drin waren, haben halt gerade auf Ali's Seite mega drunter gelitten, weil eben die ganzen guten Spieler alle in den Premade-Gruppen drin waren und man dadurch quasi als schlechter Random-Solo-Anmelder so eine Art quasi richtige Kack-Zerg-Alltag-Schlachten hatte und, ähm, zum Teil auch wirklich deutlich, mit deutlich weniger Leuten im BG drin war und dann einfach von der Horde vernichtet wurde. Also, ich habe von vielen Leuten gehört, die alleine Alltag angemeldet haben, sie haben zum Teil wirklich 15, 16 Alltrags hintereinander verloren, weil einfach die guten, äh, Ali-Ranker quasi, denen es auch wichtig ist zu gewinnen, alle in einer, ähm, Premade drin waren, ne, und das ist natürlich einfach, das kann es aber einfach nicht sein. Von daher muss man schon sagen, eigentlich überraschend, war eigentlich auch überraschend positiv, dass Blizzard hier dann doch relativ zeitnah noch eine Lösung für, äh, gefunden hat, ne? Weil es ja schon doch, finde ich, ähm, das sind schon kranke Änderungen eigentlich, ne? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass sie das so stark ändern, das System, dass man dann auch hiermit mit fünf Leuten anmelden kann. Wie findet ihr denn das hier, dass man mit den fünf Leuten noch anmelden kann? Die Alice haben sich den Vorteil genommen, sich mit den Premades als Gruppe anzumelden, was sie heute nicht konnte, weil sie 10 bis 15 Minuten Warteschlangen hatten, ja. Gute Nacht, Hügel, schlaf gut. No Changes, wurde hier gerade reingeschrieben. No Changes, ja, manchmal hast du keine, keine Chancen ohne Changes, so. Alle anderen Solo-Anmelder hatten den Nachteil, dass man meist sogar nur mit 15 bis 30 Leuten in der Gruppe war. Richtig, genau. Das meine ich eben auch. Ähm, ja, also, das erscheint mir als jemand, der jetzt nicht aktiv am Ranken war, aus vielerlei Gründen, ähm, für gute Änderungen. Wie gesagt, schreibt mir gerne nochmal in den Kommentaren unter das Video, ähm, was ihr dazu sagt, quasi zu den Änderungen. Ich denke aber, das wird, ähm, den Großteil der PvP-Spielern tendenziell gefallen. Die Frage, die sich jetzt mir gerade nur stellt, führt es auch dazu, das könnt ihr auch gerade nochmal beantworten, ähm, führt es auch dazu, dass man dann quasi mehr Ehre in der Warsong-Schlucht bekommt? Oder bleibt, äh, Alltrag weiterhin die Meta? Was sind da eure Meinungen gerade? Wenn wir das jetzt auch noch hinbekommen könnten, wenn wir jetzt quasi nur noch mit, 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 könnte das nicht sogar dazu führen, dass es Alltrag, äh, weniger Ehre gibt, weil man sich nicht mehr mit der Premade, äh, anmelden kann? Weil man dann einfach viel zu häufig einen Alltrag bekommt, was einfach viel zu lange dauert? Und, äh, das könnte auch sogar eine Folge der ganzen Geschichte sein. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, schreibt mir gerne eure Meinung unter das Video. Und, äh, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Blizzard hier an der Stelle was geändert hat. Und, ähm, bin gespannt, ob damit das PvP in Classic noch zu retten ist vielleicht. Vor allem für die Ranker. Und auch, wie sich auf die aktuellen, äh, Ranks, äh, Ränge und so weiter, äh, auswirken wird. Also quasi die Leute, die gerade mitten im Ranking stecken, die drehen wahrscheinlich richtig durch gerade. Weil sie endlich ihre perfekte AV-Stammgruppe haben und dann jetzt irgendwie alles nochmal ändern müssen, ne? Warthong 10er-Gruppe mit gutem Flag Carry sollte mehr abgehen, ja. Tja, könnte tatsächlich sein, dass Warthong jetzt die neue Meta wird, Leute. Ein oder zwei Wochen, nachdem die meisten größeren Streamer auch ihr Ranking gequittet haben, weil, äh, Warthong eben nicht die Meta war, äh, kommt die Änderung. Ähm, ja, vielleicht kommt Soda Poppen ja jetzt wieder und macht auch noch Rankvoll zu, Leute. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Meinungen in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020